oder holen der bruder schaden und fliegt hey du zu dass wieder eingeschalten habt ihr wisst mittlerweile kennt ihr schon wir spielen wieder die z bis a reihe im urf heute ist silien dran ja wir spielen auf full ap wir schon was passiert ich nehme euch mit und bei ihr wisst mittlerweile bescheid wenn ihr die weiteren folgen von der z bis a reihe oder von anderen videos die ich bringe ich verpasst wollte könnt ihr jetzt den abo button drücken dann verpasst ihr sie nicht mehr hilfe bitte helfen sie mir ja das ist ganz schön langsam bruder ja so sieht es aus einfach out load ja hier boah wo sie dir kann halt nicht ach man das ist halt so bitter für den Cinch, dass er ausgerechnet jetzt gegen den Zillian spielt, sobald er auf mich zu rennt, drücke ich einfach den Slow auf ihn und er ist um 40% geslowed es ist bitter und der Slow wird ja nicht weniger ich, ja und jetzt kannst du mich erstmal nicht mehr fokussen, ha danke Marvite für deinen Suizid Aua wie viel Damage mache ich mittlerweile 400, eine Bombe, 400 what the fuck shit okay ja 4 waren dann doch zu viel, das schaue ich erst wenn ich Sonja's hab aber imagine, ich hätte jetzt schon so nicht gehabt ich mache so viel Schaden, holy shit ich mache so viel Schaden, eine Bombe 400 was ist denn das der ist halt halb tot, ne der ist halt legit halb tot der ist tot der ist einfach tot der ist einfach tot durch diese Bombe, was ist denn das? ich glaube ich habe Seelen-Urf ganz heftig unterschätzt ich habe ihn tatsächlich auch nie wirklich gespielt aber holy shit, wieso mache ich denn so viel Schaden? der ist halt half-life der ist halt instant dead, was ist los? so, wenn ich ihn einmal treffe, ist er halt so gut wie tot, ne? da is halt so gut ja boi ha ha hey ja boi blah mal futter quero hole in dire proter ass schaden und fliegt das was ist denn das für ein champion die dual blade es ist einfach over boys ich würde sagen das war mal eine kürze runde spielt sie ihren uhr der ist ja werbestark hier auf dem grafen sieht vielleicht nicht so aus aber ihr habt ja gesehen der schaden ist krank ist heute mal ein kürzeres video ist glaube ich auch mal ganz nett lasst ein abo da wenn ihr weitere sachen nicht verpassen wollt like zimmer dislike wenn es euch gefallen hat wir sehen uns mit dem video und tümmel so das video ist jetzt vorbei schaut doch noch in ein anderes rein so und wenn ihr schon dabei seid haut doch noch ein like und abo rein was immer das auch ist wann krieg ich eigentlich jetzt mein geld